Mich fasziniert an meinem Job, dass ich praktische Fertigkeiten mit technischem Wissen vereinen kann. Ich bin Michelle Schreiber, ich bin 21 Jahre alt und habe vor kurzem meine Ausbildung als Fluggerätemechanikerin in der Fachrichtung Triebwerkstechnik abgeschlossen. Aus meiner Ausbildungszeit habe ich mir mitgenommen, selbstbewusst zu handeln und selbstständig zu arbeiten. In der Lehrwerkstatt haben wir ganz vielfältige Dinge ausprobieren können. Das ging vom Bohren und Pfeilen übers Nieten bis zum Drehen und Fräsen. Wir haben auch mit CAD-Software arbeiten können und konnten so am 3D-Drucker verschiedene Bauteile fertigen. Die Ausbilder waren für uns Azubis sehr wichtige Personen. Sie waren immer bei Problemen und Fragen für uns da und haben ihr Fachwissen an uns weitergegeben. Der Benefit einer dualen Ausbildung ist klar in dem Wechsel zwischen Berufsschule und Betrieb. Man lernt es theoretisch und kann es praktisch anwenden. Wir versuchen natürlich die Azubis auch im Ausland einzusetzen. Einfach auch zu sehen, wie funktioniert es außerhalb. Wie arbeiten andere Standorte, andere Länder. Der Auslandsaufenthalt in Frankreich war für mich eine ganz besondere Erfahrung, weil wir bei uns im Betrieb an den Triebwerken arbeiten und dort hatten wir die Möglichkeit, das ganze Flugzeug kennenzulernen. Mein Tipp für andere ist, seid fleißig, seid neugierig. Die Ausbildung ist sowas wie ein Grundstein in eurem beruflichen Leben. Deswegen nutzt eure Chance.